In diesem Video hier geht es um Bier, genauer um die Geschichte des Bieres, warum die Ägypter es mit Strohhalmen geschlürft haben, wie Bier die Ehe von Martin Luther bereichert und was Bayerns König erleben muss, als er den Bierpreis anhebt. Ich bin sicher, vieles von dem, was jetzt gleich kommt, habt ihr noch nicht gehört. Deshalb, los geht's. O Zapftis. Das erste Bier der Welt ist wahrscheinlich keine bewusste Erfindung, sondern etwas, das die Menschen durch Zufall entdeckt haben. Warum? Naja, der Brauchvorgang ist ziemlich kompliziert. Zunächst einmal müssen die richtigen Zutaten zusammenkommen, um das hier hinzukriegen. Getreide. Und das Getreide muss schon gekeimt haben. Hefe, das ist ein Pilz und Wasser für die Feuchtigkeit. Wenn es dann recht warm ist, kann das Getreide im Wasser gären. Der Zucker im Getreide wird durch die Hefe in Alkohol umgewandelt. So was denkt man sich nicht im stillen Kämmerlein aus. Allein wie genau das mit der Hefe funktioniert, haben die Menschen zum Beispiel erst Mitte des 19. Jahrhunderts herausgefunden. Bier entsteht also durch Zufall. Menschen bemerken es und versuchen den Zufall zu wiederholen. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit mit diesem Glas hier rumstehe, stelle ich es erstmal zur Seite. So und jetzt fangen wir mal ganz von vorne an und damit beim Brot. Brot und Bier gehören nämlich zusammen. Vor vielleicht 15.000 Jahren fangen die Menschen an, Getreide für Brot anzupflanzen und sesshaft zu werden. Wenn die Ernten gut sind, dann behalten die Menschen Getreide übrig, das sie lagern. Und wenn dabei etwas schief geht, wenn zum Beispiel Wasser und ein Hefepilz dazu kommen, dann kann Getreide gären. Und unter den richtigen Bedingungen, zack, fertig ist es, das Bier. Das erste Bier der Welt wird also nicht in Mitteleuropa getrunken, sondern irgendwo in Kleinasien oder Mesopotamien. Dort, wo die ersten Städte entstehen. Und in den Städten entstehen auch bald Brauereien. Ab 7.000 vor Christus entwickeln sich Braukulturen und im Jahr 3.000 vor Christus sind die in Mesopotamien und in Ägypten schon voll entwickelt. Biertrinken gehört zu den Hochkulturen dieser Zeit ganz wesentlich dazu. In Mesopotamien werden bis zu 40 Prozent der Getreideernte für das Brauen verwendet. Sie verkaufen das Bier in Schenken und handeln damit vor allem auch. In Ägypten wird Bier als Zahlungsmittel eingesetzt. Arbeiter und Beamte werden unter anderem in Bier entlohnt. Und dass Bier getrunken wird, hat auch einen gesundheitlichen Aspekt. Bier ist ein wichtiges Lebensmittel. Denn Wasser ist oft nicht ganz sauber. Bier dagegen ist durch seinen Alkoholgehalt nicht mit Krankheitserregern verseucht. Und damals tatsächlich gesünder als Wasser. Achtung, Bier und Gesundheit. Ja, im Bier finden sich Mineralstoffe und Vitamine. Das ist gesund. Aber eben auch Alkohol. Der kann zwar Krankheitserreger abtöten, ist aber trotzdem nicht gesund. Und wenn wir in diesem Video hier immer mal wieder davon reden, dass die Menschen früher besser Bier statt Wasser trinken, dann heißt das nicht, dass wir jetzt auch alle besser kein Wasser mehr trinken und stattdessen nur noch Bier. Das wäre der falsche Rückschluss. Das Bier hatte früher sehr viel weniger Alkohol als das heutige Bier. Und es gibt schon immer in der Geschichte zwei Tendenzen. Bier wird gelobt und Bier wird verdammt. Wir verlinken euch deshalb unten in der Infobox eine Website. Da gibt es einige Hinweise für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Das ist bei diesem Thema immer ganz wichtig. Also, schon die ersten großen Zivilisationen der Menschheit brauen Bier. Nicht nur in Kleinasien, sondern auch in anderen Regionen der Welt. Wir konzentrieren uns aber mal auf die Hochkultur Ägypten. Dort braucht man viel Bier. Deshalb errichten die alten Ägypter echte Großbrauereien. Allerdings waren die Brauanlagen der Ägypter damals natürlich noch nicht so hochtechnisiert, wie das heute der Fall ist. Außerdem ist das Bier kaum mit dem heutigen zu vergleichen. Uns würde es wahrscheinlich gar nicht schmecken. Es hat, wie gesagt, weniger Alkohol, ist recht süß und vor allem ist es unfiltriert. Im ägyptischen Bier schwimmen also lauter Getreidereste herum. Deshalb trinken die Ägypter damals ihr Bier mit Strohhalmen. Der Strohhalm verhindert, dass man sich verschluckt oder gar erstickt. Heute gibt es diese Probleme glücklicherweise nicht mehr. Bier ist ein Nahrungsmittel, aber es ist noch viel mehr. Bier zu trinken ist etwas Elementares. Bier gilt als Gabe der Götter. Die Ägypter trinken es, wenn sie zu Festen und Feiern zusammenkommen. Bier trinken stiftet Gemeinschaft. Kennt man ja. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Bier in großen Mengen zu produzieren und es unter den Menschen zu verteilen, das ist eine organisatorische Leistung. Wer so etwas unternimmt, der braucht drei Dinge. Finanzkapital, also Geld. Humankapital, also Mitarbeiter. und soziales Kapital, also Netzwerke zum Handeln und Transportieren. Denn besonders lange haltbar ist das Bier damals nicht. So entstehen Strukturen, die auch für andere Dinge nützlich sind. Wenn man es überspitzt sagt, dann hängen auch Bier und Bürokratie, also Verwaltung zusammen. Schon damals warnen allerdings auch Gelehrte davor, zu viel Bier zu trinken. Als die Griechen und Römer den Handel über das Mittelmeer aufnehmen, bekommt das Bier ernsthafte Konkurrenz. Wein kann länger transportiert bzw. gelagert werden und so verdrängt das Handelsgut Wein in einigen Bereichen das Handelsgut Bier. Ich mag ehrlich gesagt auch lieber Wein als Bier, aber das ist ein anderes Thema. Klar, die Kultur der Römer ist eine Weinkultur. Bier ist etwas für Sklaven und Barbaren. Also beispielsweise Germanen, die unter anderem auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands leben. Bier trinkende Germanen gehören in der römischen Geschichtsstreibung als Klischee dazu. Schon Tacitus klagt über das Laster des Saufens und nennt das Bier ein schauerliches Gebräu. Offenbar haben sich die Germanen das Brauen übrigens von den Kelten abgeschaut. Bierbrauen ist übrigens bei den Germanen Frauensache und das bleibt es auch fast 1000 Jahre lang vorwiegend. Wie schon in der Antike, so auch im Mittelalter. Backen und Brauen gehört zusammen. Wegen der Hefe, die bei beiden Prozessen eine wichtige Rolle spielt. Der Zusammenhang ist sogar literarisch festgehalten. Vielleicht kennt ihr noch dieses Zitat. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Und dann geht es weiter. Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelschiedschen heiß. Also auch im Märchen ist das Brauen überliefert. Gebraut wird in Europa vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein vor allem zu Hause und eben meistens von Frauen. Der Reformator Martin Luther zum Beispiel ist besonders stolz darauf, dass seine Frau Katharina von Bora ein so gutes Bier braut. Im größeren Stil und professioneller brauen die Mönche ab dem 9. Jahrhundert in Hunderten von Klöstern. Sie beschäftigen sich damit, immer besseres Bier herzustellen. Das im Idealfall auch immer gleich schmeckt. Als die große Zeit der Klöster vorbei ist, also beim Übergang zur frühen Neuzeit um das Jahr 1500, entstehen dann immer mehr kommunale Brauhäuser und echte Brauereien, die das Bierbrauen im größeren Stil betreiben. Es herrscht auf dem Markt bald ein regelrechter Konkurrenzkampf. Einige Brauer lassen sich etwas einfallen. Sie mischen allerlei Substanzen in das Bier hinein. Manchmal Dinge, die Bier haltbarer machen sollen oder milder. Oft aber Sachen, die den Rausch verstärken sollen, wie zum Beispiel Fliegenpilze oder die Tollkirsche. Die sind giftig und das kann schnell gefährlich werden. Im Jahr 1516 erlassen deshalb die bayerischen Herzöge das berühmte Reinheitsgebot. Demzufolge dürfen nur Gerste, Hopfen und Wasser ins Bier. Dieses Reinheitsgebot gilt als ältestes Lebensmittelgesetz in Deutschland, das noch in Kraft ist. Seit dem Jahr 1906, 1907 gilt es deutschlandweit und ist bis heute weit über Deutschlands Grenzen hinaus berühmt. Sogar Barack Obama geht 2016 darauf ein. Die Obrigkeiten wollen das Biertrinken aber nicht nur regulieren, um ihre Untertanen vor Vergiftungen zu schützen, sondern auch vor anderen Nebenwirkungen des Getränks. Im 16. Jahrhundert erlassen die Fürsten sogenannte Ordnungen. Das sind praktisch Gesetzbücher, die regeln, wie man sich beim Trinken verhalten soll oder eben wie man sich nicht verhalten darf. Trunkenheit wird bestraft, denn aus ihr ergeben sich oft folgende Delikte wie Unzucht und Totschlag. Allerdings steht da weniger das Bier im Fokus als vielmehr der Brandwein. Aber gleichzeitig profitieren die Fürsten vom Trinken, indem sie auf Bier eine Steuer, das Umgeld, erheben. Diese Steuer wird Ende des 16. Jahrhunderts zu einer sehr wichtigen Einnahmequelle der Staaten. Die Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ist eine Krisenzeit in Zentraleuropa. Neben dem 30-jährigen Krieg gibt es eine Reihe weiterer Kriege und auch immer wieder Naturkatastrophen, wie schwere Überflutungen. Dann kann es sein, dass der Handel zum Erliegen kommt oder dass die Arbeit in Bergwerken brach liegt. Aber eines geht immer, vor allem auch im Krieg. Bier. Soldaten trinken Bier. Bier ist also eine sichere Einnahmequelle. Dank der Steuern auch für die Fürsten. Man könnte etwas überspitzt sogar sagen, ohne das Bier gibt es keinen modernen Staat. Zumindest nicht in Mitteleuropa. Als sich dann im 17. Jahrhundert das Bürgertum herausbildet, wird das Biertrinken allerdings in bürgerlichen Kreisen immer mehr verpönt. Bürger arbeiten selten schwer körperlich und wenig draußen. Sie wollen im Wirtschaftsleben bestmöglich funktionieren. Und ein Getränk unterstützt dieses Wachsein besonders. Kaffee. Die entstehende Arbeiterklasse, die ein sehr beschwerliches Leben hat, säuft sich dagegen ihr Leid weg. Mit Brandwein. Harte Zeiten für die Bierbrauer. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert steigt Bier dann wieder zum Volksgetränk auf. Arbeiter trinken es selbst während ihrer Schicht. Denn dank moderner Wissenschaft und technischer Errungenschaften wird Bier nun in einer viel höheren Qualität produziert. Industriell. Was auch bedeutet, dass der Geschmack stets gleich bleibt. In England entstehen die ersten modernen Brauereien. Sie stehen für die Industrialisierung und 10% aller Beschäftigten arbeiten in der Bierindustrie. Bier ist für die modernen Staaten aber nicht immer nur ein Quell der Freude. Zum 1. März des Jahres 1844 erhöht der bayerische König Ludwig I. die Bierpreise. Ein Soldat weigert sich in einem Münchner Wirtshaus lautstark den neuen Preis zu bezahlen. Und die anderen Gäste schließen sich ihm an. Am nächsten Tag randalieren hunderte Münchner. Sie machen Biergarteneinrichtungen zu Kleinholz und verwüsten Braustätten. Die Polizei muss sogar das Militär zur Hilfe rufen. Aber die Soldaten sehen gar nicht ein, wieso sie eingreifen sollten. Im Gegenteil. Sie teilen die Meinung der Randalierer und solidarisieren sich. Am 5. März nimmt Ludwig wohl oder übel die Preiserhöhung zurück. Später senkt er den Bierpreis sogar. Bei der Märzrevolution des Jahres 1848 spielt der Bierpreis wieder eine Rolle. In mehreren bayerischen Städten wird die Revolution durch Bierproteste angeheizt. Auch in anderen deutschen Städten gibt es im 19. Jahrhundert sogenannte Bierkrawalle. Zum Beispiel in Frankfurt am Main oder in Göttingen. Insgesamt kann man sagen, das 19. Jahrhundert ist das goldene Zeitalter des Bierbrauens. Dazu tragen, wie schon erwähnt, vor allem auch technische Fortschritte bei. Der Chemiker Louis Pasteur beschäftigt sich mit der Hefe. Seine Erkenntnisse sorgen dafür, dass man nun den Brauvorgang viel besser kontrollieren kann. Aus dem Zufall, den die Menschen tausende Jahre zuvor entdeckt hatten, wird jetzt ein steuerbarer Prozess. Als Pasteur dann auch noch dazu beiträgt, dass Bier länger haltbar sein kann, ist der Weg zur industriellen Produktion endgültig geschafft. Der Erfinder Karl von Linde baut eine Kältemaschine. Diese Industrialisierung des Bierbrauens führt dazu, dass riesengroße Brauereien entstehen, die bis heute den Weltmarkt dominieren. Der Zweite Weltkrieg bedeutet dann in Deutschland einen ziemlichen Einschnitt, wie in allen anderen Bereichen auch. Die großen Brauereien sind oft beschädigt. Der Wiederaufbau kommt erst langsam voran. In der DDR werden Brauereien kollektiviert, müssen sich alle zu großen Genossenschaften zusammenschließen. In den 1950er Jahren ist der Bierkonsum pro Kopf extrem abgesunken, vor allem im Westen, aber auch im Osten. Eine statistische deutsche Durchschnittsperson trinkt damals ungefähr nur ein Drittel so viel Bier wie heute. Aber bis in die 1980er Jahre hinein steigt der Bierdurst wieder enorm an. Eineinhalbmal so viel Bier wie heute trinkt ein durchschnittlicher Deutscher in den 80er. Aktuell liegt Deutschland bei etwas über 90 Litern Bierverbrauch pro Kopf. Das sind etwa dreieinhalb Flaschen Bier pro Woche und damit Platz 5 der Weltrangliste. Auf Platz 1 liegt übrigens Tschechien, von dort kommt auch das Pils. Wusstet ihr wahrscheinlich. 1500 Brauereien produzieren hier bei uns 8,8 Milliarden Liter Bier. Genug, um das Olympische Schwimmbecken in München 3400 Mal mit Bier zu füllen. Seit ein paar Jahren gibt es einen Trend zum handwerklich hergestellten Bier, dem sogenannten Craft-Bier. Und auch alkoholfreies Bier wird immer beliebter. An dieser Stelle mal die intime Frage, was ist denn eure Biervorliebe? Weizen, Pils, alkoholfrei? Oder schmeckt es euch gar nicht, so wie mir ehrlich gesagt? Ich hole es jetzt noch mal kurz fürs Bild, aber ganz ehrlich, Bier ist nicht so mein Ding. Ich trinke, wenn man bei der Farbe bleiben will, dann doch eher Apfelschorle. Übrigens, wenn ihr mehr wissen wollt zur Geschichte des Bieres, dann findet ihr hier noch ein ganz interessantes Video. Und direkt darunter passt, wenn wir über Nahrungsmittel sprechen und wie vorhin gesagt, Bier galt mal als Nahrungsmittel, ein Video zur Geschichte der Pizza. So, und das stelle ich jetzt wieder weg. Sieht eh nicht mehr so schön aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Prost.